Hören Sie zu, Keite. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Führer. Gut. Also dann, gute Reise. Gut. Gut. Gut.